Hallo Menschen auf Twitch und vor allem Menschen auf YouTube, die das hier später in der Konserve gucken. Das hier ist ein Mitschnitt eines Livestreams, den wir am 5. August 2024 gestreamt haben. Und wir haben entschieden, dass wir DSA-Rezensionen ab jetzt, zumindest versuchen wir das mal, live von Evie auf Twitch vortragen lassen und sie danach aufarbeiten für YouTube, weil das für mich weniger Arbeit ist und ich wüsste sonst nicht mehr, wie ich das alles stemmen kann. Für Evie ist es nicht weniger Arbeit, hat sie nämlich trotzdem Notizen gemacht, die ich dieses Mal nicht aufbereiten muss, sondern jedenfalls nicht so aufwendig, sondern sie erzählt sie mir einfach und sie erzählt sie auch euch. Und wir haben heute an diesem Stream-Abend vier verschiedene Bücher, die wir in drei verschiedene Late-Nerd-Shows aufteilen und heute in dieser Folge fangen wir mit Dämonen an. Du hast zwei Dämonen-Bücher für uns dabei, Evie. Was sind das für Bücher? Wer bist du eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Hallo, ich bin Evie. Ich bin eigentlich gelernte Sortimentsbuchhändlerin, deswegen sollte es mir nicht so viel Angst machen, live über Bücher zu sprechen, wie es das manchmal tut. Keine Sorge, ich habe keine Angst. Wir reden heute über den Katalogus Heptosphericum, das ist das erste Buch. Und wir reden über das zweite Buch, das auch mit Dämonen zu tun hat, Brut der Niederhöllen. Ja, sind beides sehr unterschiedlich, obwohl sehr ähnliches Kernthema. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Disclaimer an. Ich hatte ja versprochen, ich muss jedes Mal sagen, ich bin übrigens nur müde, nicht schlecht gelaunt und ich habe auch nichts gegen diese Bücher. Ich komme nur gerade von einem Lab und habe nicht geschlafen, sondern die ganze Nacht geschnitten. Also mein Gesicht sagt nichts über meine Meinung zu diesen Büchern aus, die ich auch nicht gelesen habe. Ich bin nur hier, um Evie ein bisschen die Hand zu halten. Darf ich direkt was fragen? Ich könnte direkt mit meinem Disclaimer fortfahren und dann darfst du was fragen. Bitte disclaime du. Mein Disclaimer ist, ich habe an beiden Büchern mitgearbeitet. Das heißt, ich bin natürlich maximal befangen, wenn ich diese Bücher in irgendeiner Art und Weise bewerte. Das heißt, es ist eigentlich faktisch gar keine Rezension, es ist mehr eine Buchvorstellung. Ich sage natürlich aber trotzdem meine Meinung, was mir gut gefällt an den Büchern, was ich finde, was wir hätten besser machen können, muss ich mir auch direkt an die eigene Nase packen in dem Fall. Aber ja, ich habe jetzt nicht massive Teile, aber ich habe in Brot der Niederhöhlen doch schon eine Handvoll Dämonen beschrieben. Und im Katalogus habe ich auch gute Teile, da reden wir auch später drüber, welche das sind, geschrieben. Ja, deswegen volle Transparenz. Jetzt darfst du gern. Okay, wir werden jetzt kurz über die Bücher gehen und danach wird es eine Gelegenheit für Fragen aus dem Chat geben, die auch in der YouTube-Version dann bestehen bleiben, weil der Chat hier mit reingebacken wurde. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt einfach groß Frage davor und dann werde ich Evie diese Frage vorlesen und so tun, als hätte ich sie mir selber ausgedacht, als hätte ich irgendwie Ahnung von dem, über was wir hier heute reden. Super. Das eine Buch ist ein Ingame-Buch und das andere ist ein herkömmliches DSA-Buch. Jetzt habe ich direkt mal die Frage, warum heißt denn das nicht Aventurisches Pandemonium 3? Was unterscheidet das von den bisherigen Dämonenbüchern? Das ist eine total gute Frage und tatsächlich habe ich damit gerechnet, dass die kommt oder beziehungsweise hätte das ohnehin erläutert. Und zwar, die Pandemonium-Bücher, die sind ja aufgebaut im Prinzip wie so ein Bestiarium. Da gibt es so ein bisschen Blöblöb und dann kommt da Kreatur, 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 beziehungsweise in dem Fall dann Dämon, Dämon, Dämon. Das Brut der Niederhüllen ist vom generellen Aufbau her eher so wie das Nekromanteum oder das Animatorium. Also das heißt, man hat zum einen nicht nur Viechzeug, sondern auch Regeln passend dazu. Man hat eventuell eine Profession passend dazu, eine Geschichte, der in dem Fall jetzt der Dämonologie. Dann hat man dämonologische Koryphäen, also Leute, die irgendwie toll und wichtig gewesen sind. Man hat einen Schauplatz drin und deswegen heißt es nicht Pandemonium 3, weil der Aufbau, wie gesagt, komplett anders ist. Aber es gibt natürlich Dämonen und auch nicht wenige. Okay, das heißt, ich stelle es in meinem Regal. Also angenommen, ich hätte eins nicht neben die Pandemonium-Bücher, sondern neben die Nekromanteum und so Bücher. Genau, neben Bücher mit diesem Aufbau, genau. Also die Perspektive ist weniger Monsterhandbuch und mehr über dieses obskure Berufsbild wird vermittelt. Also du hast halt bei denen natürlich, ja gut, also locker mehr als die Hälfte dieses Buches, deutlich mehr, ja so 100 Seiten knapp von diesem Buch sind Dämonen und Beschreibungen und ähnliches. Aber dann hast du halt Bedeutung der Dämonologie, verschiedene Sachen zu namenlosen Dämonen, dem Dämonensultan, einen Abenteuerschauplatz und dann später halt auch einen Regelteil. Der Regelteil ist hier jetzt nicht so wahnsinnig groß und das sind auch Regeln tatsächlich, die, wenn man abenteuerliche Magie, ich glaube bis drei sind sie jetzt, durchgekauft hat, erfährt man hier eigentlich, ich glaube tatsächlich, gar nichts Neues. Was erwartet uns hier? Was? Du hast hier was vorbereitet. Genau, ich habe da was vorbereitet. Also, das Brut der Niederheulen. Cover ist von Christoph Kubelski, finde ich ganz großes, jeden ungefähr mir gut. Macht schön Atmosphäre. Das ist im Januar 2024 erschienen, wir sind ein bisschen hinterher. Länges bisschen. 164 Seiten insgesamt kostet 44,95 und in der E-Book- oder PDF-Ausgabe 26,99. Der Band stellt einen ganzen Arsch von Dämonen vor. Ich habe jetzt nicht gesehen, aber es sind mehr als 40. Das ist der offizielle Pluge. So wie eine Herde oder eine Rotte, ein Arsch voll Dämonen. Ein ganzer Arsch voll Dämonen, muss man immer so sagen. Aus verschiedenen Domänen der Niederhöllen vor, die meistens als Antagonisten dienen werden im Spiel. Nicht immer, können durchaus auch helfen. Je nachdem, wenn jemand auch eine demologisch versierte Person spielt, dann eventuell auch als Verbündete. Es gibt, die sind im Prinzip nach dem bewährten Format aufbeschrieben, wie man das halt so auch aus Pandemonien kennt tatsächlich. Da gibt es keinen so wahnsinnig großen Unterschied. Also man hat erstmal einen kleinen Ingame-Text, dann eine allgemeine Beschreibung. Was ist das hier für ein Dämon, was macht der so und so weiter und so fort. Und dann einen Regelkasten mit Spielwerten etc. Einige Dämonen haben auch lustige Features. Es gibt zum Beispiel eine Zufallstabelle bei einem. Weiß ich, weil ich die gemacht habe. Und ich habe mich in dieser Tabelle auch furchtbar verschrieben. Ich habe nämlich auch unter anderem einen Würfelwurf mit... Also ich hatte eine Tabelle gebaut und habe dann am Ende beschlossen, ach, lass uns doch einen anderen Würfel dafür verwenden. Und habe dann zwei bis sechs draus gemacht. Und irgendwie, wenn man eine Eins würfelt, kann dann noch was passieren. Das geht natürlich nicht. Das passiert öfter mal sowas, ja. Und das ist in der Tabelle stehen geblieben tatsächlich. Hat es tatsächlich auch durch Lektorat geschafft. Die haben es aber mehrfach angemerkt. Und der Redakteur hat dann gesagt, die wird sich was dabei gedacht haben. Wir lassen das so drin. Und sie haben dann extra noch einen Kasten dran gemacht, dass das doch eigentlich gar nicht gehen würde. Also das ist tatsächlich so drin geblieben. Fand ich ganz süß. Aber war ein Fehler. Statt zurückzufragen, haben sie nicht gedacht, dass du bist einfach zu genial für uns. Und wir verstehen deine krassen Gedankengänge einfach nicht. Also lassen wir es so stehen. Wir lassen das jetzt so. Das steht da jetzt so drin. Also falls ihr diese Tabelle findet, ja, das war ich. Und es war ein Versehen. Es war keine Absicht. Naja, wenn dir Einwürfel vom Tisch fällt zum Beispiel, dann kannst du eine Eins würfeln. Genau. Bei den Dämonen, die drin sind, also das sind querbeet einmal durch die unterschiedlichsten Domänen geht das. Also alles, was man sich eigentlich wünschen kann. Und ja, es gibt auch so ein paar Besonderheiten drin. Also zum einen gesagt, Texte über den Dämonen-Sultan. Das ist ja eine sehr schwierige Sache. Also es gab heftige, heftige Redcons mit der Historia. Dann wurde das wieder zurückgenommen. Es wurde gesagt, nein, der Dämonen-Sultan ist der namenlose. Man weiß es also nicht. Hier gibt es natürlich auch keine konkrete Setzung, wer ist der Dämonen-Sultan oder nicht. Aber es gibt Hintergrundinfos und schöne Varianten dazu. Es gibt auch was über namenlose Dämonen und insbesondere die namenlosen Tagesherrscher, die über die jeweiligen namenlosen Tage besondere Macht gewinnen. Das ist auch sehr nice. Und ansonsten, ja, ist wirklich alles dabei. Also ich glaube, die meisten Domänen haben mindestens zwei Dämonen abbekommen. Es gibt natürlich auch ein paar obskure Domänen, sowas wie Heskathet oder Aphestadil. Die haben, glaube ich, nur einen Dämon. Und es sind neue Dämonen dabei. Also auch das, die Handemonien vorher haben häufig Dämonen aufgegriffen, die irgendwo schon mal gesetzt waren. Hier sind auch welche drin, die komplett neu sind. Darf man sich einfach neue Dämonen ausdenken für DSA? Wir durften das für den Band. Und ich habe mich darüber zumindest sehr gefreut und habe auch bei ein Paar direkt gesagt, da habe ich Bock drauf. Ja. Weil, ja, weil es ist neu. Das heißt, du musst nichts dazu recherchieren. Und du kannst dir halt auch was wirklich, wirklich, wirklich Cooles ausdenken. Ein paar von denen, finde ich, sind auch ganz gut gemacht. Du hast mich vorhin angeschrieben. Ja, ich wollte gerade fragen, ob ich raten darf. Darf ich raten, welche Dämonen komplett neu ist? Ja, und ich habe mich sehr, sehr, sehr beömmelt über Kuanoth. Kuanoth. Ja. Und jetzt rate, wer Kuanoth, ja, Leben tun die ja nicht. Aber wer den schreiben durfte. Ich hoffe, dass du den schreiben durftest. Natürlich, habe ich den. Aber die Idee war, der Name war nicht von dir, sondern den hast du vorgegeben bekommen? Nein. Das ist ja toll, ja. Der Name war von mir. Und das Konzept. Also, bei den neuen Dämonen sind wir so vorgegangen, dass wir oft ein Konzept hatten oder zum Beispiel auch eine Anleihe. Also sowas ähnliches, wie es in diesem anderen bekannten Rollenspiel gibt. Nur als Dämon. Oder wie in dem Film, so in etwa. Oder halt aber auch, keine Ahnung, ein Dämon, der, oder eine Dämonin, die bei folgendem Volk irgendwie verehrt, als Göttin verehrt wird oder sowas. Manchmal war es wirklich sehr konkret, was gewünscht wurde. Und manchmal war das auch sehr, ja, sehr oft. Und nee, den Namen habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht, nachdem ich festgelegt habe, was das überhaupt für einen Dämon ist. Ich muss ganz kurz reingrätschen. Ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit ungefähr ab, abzustimmen, ob ihr dieses Buch kennt. Und ja, nein, ihr wirst noch lesen, interessiert mich nicht. Bisher habe ich tatsächlich erst neun Abstimmungen. Also noch könnt ihr draufklicken. Ich habe das nicht gesagt, dass die Abstimmung läuft. Aber jetzt stimmen noch ein paar Leute ab. Okay, ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. Und die meisten Leute kennen das Buch nicht. Und tatsächlich ist aber noch großes Interesse dran da, würde ich sagen. Also es gibt nur eine Person, die sagt, nö, das will ich nicht lesen. Ja, also wie gesagt, ich kann es, wenn ihr Freude an Dämonen habt, ich kann es empfehlen. Ich darf, wie gesagt, aufgrund von Befangenheit keine Punktewertung vergeben. Aber ich finde ja, wenn ihr die vorherigen Rezensionen vielleicht geschaut habt, also sowas, das Elementarium, Nekomanteum, Animatorium, dann wüsst ihr, dass ich diese Art von Buch, vom Aufbau her, generell sehr gut finde. Und das ist auch bei dem so. Also ich finde, es ist eine schöne Sache, es ist eine runde Sache, gerade durch die Historie und die Persönlichkeiten, die man da mit drin hat und so weiter, finde ich, gibt einem das ein bisschen mehr mit, als nur, büm, hier hast du Werte. Obwohl ich Monsterbücher auch sehr mag. Aber ja, das finde ich schon gut. Und ich habe mit, auf jeden Fall mit viel, viel Liebe an diesem Buch gearbeitet. Und ich weiß das auch von den anderen AutorInnen, die daran gearbeitet hatten. Wir haben auch sehr eng zusammengearbeitet. Wir hatten einen kleinen Discord speziell für das Projekt und haben auch viel über Sachen geredet. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich, dass es auch beim Lesen Spaß macht. Aber ich bin relativ sicher, dass es das tut. Wir mussten jetzt aber kurz noch verraten, was KUANOV macht. Ich habe es mir natürlich kurz durchgelesen. Das war das Einzige, was ich mir durchgelesen habe in dem Buch. Und wenn ich es richtig verstanden habe, korrumpiert der das Volk sozusagen. Der wohnt im Boden wie so ein Pilzgeflecht und verdirbt alles, was natürlich der Vorlage ganz gut entspricht. Aber da hast du bestimmt noch mehr zu erzählen. Warte mal, ich suche. Warte mal, ich hatte es vorhin. Warte, ich doch. Vielleicht finde ich ihn hier schneller. Also im Buch. Ich bin es nicht mehr gewohnt, irgendwo nachzuschlagen. Kennt ihr das? Wer kennt es nicht? Ich kenne es tatsächlich nicht, weil das meiste, was ich rezensieren darf, hier materiell rumliegt. Ich schlage sehr viel nach. Hast du es gefunden? Ich habe es gefunden, ja. Ist auf Seite 92. Ist das Pilzgedöns. Ja, also die Vorgabe da war eigentlich tatsächlich ja so ein Verderber. Dass es ein Pilz ist, dass es ein Pilzes, das ist alleine von meinem Mist gewachsen. Aber ich habe halt gedacht, ein dämonisches Geflecht ist halt toll. Und Pilze sind generell ja sowieso sehr schwer kaputt beahmt. Dann habe ich gedacht, das ist super. Was macht der, der wächst, der wächst am besten in einer Siedlung oder irgendwo, wo er tatsächlich Dinge verderben kann. Also überall, wo es Kulturschaffende gibt, könnte theoretisch auch dieser Pilz wachsen. Und dir sollen so muffig riechende Sporen ab, die den Geist der Opfer ja so zunehmen, verklären, damit die machen, was dieser Pilz möchte. Und das ist seltenst gut für die Leute, die da leben. Und ja, also schon alleine dem Namen könnt ihr wahrscheinlich die Inspiration dahinter erahnen. Alles an Verschwörungstheorie ist möglich. Und die Infizierten, also die von Kuanoth Infizierten, versuchen dann auch, andere Leute zu infizieren. Und ja, der Pilz wird immer größer und immer größer und immer größer und immer größer. Und irgendwann latzt er dann und hinterlässt nur so einen riesigen Krater und verteilt seine Sporen ruhig weiter. Also das Einzige, was er irgendwann an Bedürfnis hat, ist halt größer werden, wachsen, fressen. Ja, und sich an dem um sich herum laben. Und er macht dann halt Pilzzombies. Und ja, tatsächlich eine der Inspirationen für so Pilzzombies war Last of Us. Aber wahrscheinlich sind die hier ein bisschen subtiler und nicht so cool. Aber ja, das ist der Dämon. Wird auch genannt, der Wuchernde, der Landverschlinger oder die Blutsaufende Wurzel von Gachmar. Ja, was auch immer Gachmar ist. Ich überlege gerade, was ein Anagramm für irgendein A-Chan oder sowas ist. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Aber nein, ich habe, glaube ich, einfach irgendwas, was gut oral klang und komisch. Okay. Genau. Und dann, so. Wir haben ja gesagt, nicht so lang. Gehen wir direkt doch mal zu Buch 2. Ach so, du möchtest noch mehr über den Nicht-Nicht-Monster-Teil reden. Also wir haben jetzt recht wenig gesagt über den Hintergrund-Teil. Also wenn du noch ein bisschen was erzählen möchtest. Ich kann, ja klar, also ich kann so viel sagen, dass, wie gesagt, bei den Regeln sind halt Sachen drin, die es schon in den anderen Büchern in irgendeiner Form gegeben hat. Das sind einmal Regeln zum schleichenden Verfall. Es sind neue Zaubertricks, neue Zauber, neue Rituale, die mit Dämonologie zu tun haben. Aber die sind halt, hier steht drin, neu. Die sind halt nicht neu. Nicht wirklich, wenn man andere Bücher hat oder die Wiki benutzt. Neue Sonderfertigkeiten, Kampf-Sonderfertigkeiten, magische Sonderfertigkeiten und dann halt Regeln, die speziell mit den Kreaturen zusammenhängen. Wie zum Beispiel Schwarmregeln, Panikregeln, die mit Dämonen natürlich durchaus sinnvoll sind. Und dann gibt es einen Abendell-Schauplatz. Das ist eine dämonisch verdorbene Festung, die heißt Burg Widderhorn. Das ist nice gemacht. Zu kurz, finde ich tatsächlich, wie immer bei diesen Vorschlägen. Es ist schade, dass die so wenig Platz bekommen. Also der hat vier Seiten und da hätte ich mir wirklich so gewünscht, so, oh, come on, nochmal zwei Seiten mehr oder so, hätten dem echt gut getan. Aber ist schön, lässt sich klasse bespielen. Bei den namhaften Koryphäen, gucken wir hier auf Seite 117, die Bilder sind fantastisch. Also, sehr, sehr schön geworden. Da sind halt sehr viele Toteleute drin, tatsächlich. Aber nicht so viele Tote, wie vielleicht in anderen Büchern man vermuten möchte. Es gibt aber so die üblichen Verdächtigen. Also Beifinger von Ponyen, der ist ja so gut wie unkabuttbar. Charissa von Salmingen. Wie nennen wir noch hier, wer sehr berühmt ist? Aber Tod Borberat. Ja, ich habe Galotta auch gesehen. Galotta, genau. Die ganzen Bilder, die man halt schon kennt aus den anderen Büchern. Also, hier ist halt so eine Doppelseite, da sind wirklich alle tot. Belize, Djelev, Sunni, das ist die von der, damals von der Rashtula Akademie. Borberat, tot, ja, oder, naja, egal, kann man sehen, wie man will. Bradun und Beldurian, Galotta, Glurana und das war dann, oh, es geht noch weiter. Die nächste Seite sind auch alle tot, ja. Also, aber gut, das kann passieren. Oh, und die nächste Doppelseite sind auch alle tot, alter Schwede. Okay, doch, das war das mit, es sind alle tot. Gut, warte mal, ich gucke mal gerade, wie viele Leute hier überhaupt noch leben. Ja, eins, zwei, drei, vier. Und das ist es. Das ist ja auch ein bisschen so eine Achievement-Liste, was man als Held alles geschafft hat, die letzten 30 Jahre DSA. Auf jeden Fall, wen haben wir alles weggebotzt. Ähm, ja, nee, aber genau, die, und die nächsten, die nächsten Seiten sind dann alle tot. Aber das ist, das ist in Ordnung, das darf man, und wie gesagt, ja, viele davon, zum Beispiel Xeraan, könnten einige mit erledigt haben. Ähm, oder es sei ja die Zephorica, oder Liskum von Fasar, zum Beispiel, ist ja auch drinnen. Ja, das ist ja, das ist ja der erste, den man so weghauen kann, eigentlich, ne? Ja, richtig. Oder Sulman Alvenisch, der, äh, der Seelsammler, den auch einige kennen dürften. Das, ähm, das ist wirklich sehr schön gemacht. Und es ist sehr nett und deckt sich so wirklich von, von meiner Einschätzung her, mit, mit dem, was in den anderen Bänden dieser Art auch präsentiert wird. Und macht, macht Laune, ist, 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 ist eine feine Sache. Ich möchte darauf hinweisen, dass Xeraan im Chat ist und sagt, ich lebe noch. Natürlich anders geschrieben, ja, unser Xeraan hat weniger R's und mehr A's. Richtig, richtig. Muss aber sagen, ohne das Spoilern, das war einer der befriedigsten Finale, die ich je in einem DSA-Metaplot-Abenteuer gelesen habe. Das war richtig gut beschrieben in, wie ist das Abenteuer? Ja, Dings, Dings. Bitte, neben dem Chat weiß das jetzt, und das schneide ich auf YouTube nachher raus, weil das peinlich ist. Das Abenteuer heißt nicht, der, der Dingslose, der, nein, wie heißt das? Der Unersättliche. Der Unersättliche, genau. Da, da, da. Ja. Der mit der unsterblichen Gier, der Unersättliche. Danke. Ja, ja. Aber ich fand das auch schwierig. Du, dass du drauf gekommen bist. Ich hab das immer durcheinander geworfen. Ja, ich meine sowieso viele von den Namen durcheinander, weil die doch alle ein bisschen mit der Zeit ein bisschen sehr generisch klingen. Ja. Ja, es kann halt nicht jedes Abenteuer, es kann halt nicht jedes Abenteuer, wo keine Sonne scheint, heißen. Ja. Wir hatten gerade beim Anfang von DSA 5, hatten wir so ein paar Abenteuer, die sehr ähnlich hießen wie grenzenlose Wut und sterblicher Hass. Ja, stimmt, stimmt. Es gibt ein paar Fragen. Wollen wir die Fragen zu dem Buch jetzt beantworten? Oder wollen wir den Fragenteil zu diesem Buch machen? Ja. Wobei, ich fürchte, die meisten Fragen müssen wir mit Ne beantworten. Nein. Hier ist eine Frage. Ist Asphadil im Buch? Ich weiß jetzt nicht. Gibt es ein Asphadil? Es gibt Afestadil. Und es gibt Asphalil. Es gibt Asphalil, genau. Ist das ein Hybrid? Also es gibt, können wir gerade gucken, welche. Ach, die habe ich geschrieben, ja. Sollte ich kennen. Es gibt ein Afestadil-Dämonen. Oshin Jabba heißt der. Jabba? Ja. Oshin Jabba. Sieht auch, sieht nicht so aus wie Jabba. Nein. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, wir beantworten jetzt Fragen zu diesem Buch. Und ich bedanke mich bei allen, die hier Abos verschenkt haben. Ich habe es nicht geschafft, alle Danks in den Chat zu tippen. Deswegen nochmal hier danke an Ricky, an Slinderax, an Katziger, natürlich an Florian und alle anderen, die ich jetzt übersehen habe. Okay, Slinderax meinte schon Benni. Nee, Benni ist nicht in dem Buch. Ich glaube nicht, dass jemals die Existenz von Asphalil in einem offiziellen DSA-Buch acknowledged wird, außer wir schreiben das selber. Anders machen. Wenn ich Gelegenheit habe, bei was das thematisch passt. Aber die Frage ist, möchte er das? Das wäre dieses Buch gewesen. Das wäre dieses Buch gewesen, ja. Ja, ich glaube schon, dass Benni sich da freuen würde. Er ist ja bisher nur in Myrano verewigt worden, aber da dann gleich schon zweimal. Nee, einmal. Ich habe jetzt aktuell nichts mit Dämonen oder so, aber falls ich mal irgendeine obstruse Quelle habe oder sowas, wo das passen könnte, klar, das geht. Hier gibt es übrigens auch wirklich schöne Sachen, die ich nicht gemacht habe. Deswegen darf ich das auch mal loben. Ja, deswegen darf ich das mal loben. Auf Seite 42, ja, what a coincidence, gibt es den Timoroth. Der Timoroth ist ein Dämon. Vielleicht erinnern sich einige, es gibt auch einen Dämonen. Moment mal, Tim Roth, der Schauspieler? Nein, es gibt auch einen Dämonen namens Gregoroth, nach dem Autor Gregoroth, dem DSA-Autor. Und der Timoroth ist nach Timoroth benannt. Das ist ein Kollege von uns gewesen. Das ist vor langer Zeit, der tatsächlich viel mit Text gearbeitet hat. Und deswegen ist der Timoroth ist zum Beispiel ein Dämon, den kann man beschwören, wenn man Texte schreiben will, redigiert haben will, aufgezeichnet haben will, etc. Und das Problem ist, dass der nicht immer genau das macht, was man ihm sagt. Also beziehungsweise er macht schon genau das, was man ihm sagt, aber manchmal auch andere Dinge mit Text. Und das ist, ja, es ist sehr süß zum Beispiel. Den fand ich sehr nice. Ich bin Tim Rothberger auch ein Dämon wert gewesen. Das könnte man auch, ja. Seine Rollen bei Tarantino oder in Rob Roy, wo er sehr schön gegen Liam Neeson kämpfen muss. Aber ernsthafte Fragen, ob Abu Terfass dabei ist und ob man es als Nachschlagewerk benutzen kann, wird gefragt im Chat. Also Abu Terfass ist hier nicht mit drin, der wäre bei den Chimären dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob er da drin war, tatsächlich nicht sogar. Ich glaube, er war da drin. Und ob man das als Nachschlagewerk benutzen kann. Also das Buch hat wie gesagt, was habe ich gesagt, 160 Seiten? Ich will nicht lügen. 160 Seiten. Und von diesen 160 Seiten gibt es so dieses übliche Vorwerk, bla bla, das sind sechs Seiten am Anfang. Und danach kommen 90 Seiten Dämonen. Das ist ein Großteil dieses Bandes. Und da kann man nachschlagen auf jeden Fall. Die sind halt sortiert nach dem, nach den Domänen. Das heißt, man geht dann mit Inhaltsverzeichnis am besten durch oder man liest einfach von vorne nach hinten. Aber ja, und der Restteil danach, der halt weitere Informationen und Regeln beinhaltet, der ist nicht so nachschlage geeignet. Und da muss man dann sehr genau gucken, was man sucht. Aber auch das muss man ja lobend erwähnen. Es gibt hinten, ups, ich kann es mal hochhalten, vielleicht sieht man es, eine Dämonenübersicht. In Tabellenform, genau. Um sich da ein bisschen besser zurechtzufinden. Also es ist... Steht da auch drin, welche Dämonen in den anderen beiden Büchern drin sind? Pass auf, es wird besser. Ja. Noch besser, okay. Die nachfolgende Liste beinhaltet eine Übersicht über alle Dämonen, auch jene, die im aventurischen Pandemonium 1, 2 oder dem Archiv der Dämonen vorgestellt werden. Also es ist sehr, sehr nützlich. Das ist sehr wichtig. Das habe ich fast vergessen zu sagen. Das ist noch so, sag ich die, wie nennt man das, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen? Gibt es das? Ja. Ja, irgendwie sowas. Stellt es euch vor. Das hätte ich fast vergessen, die Tabelle, siehst du mal, gut, dass jemand gefragt hat. Ja, danke, die Person, die gefragt hat, schon wieder vergessen, wer es war. Nachschlagewerk. Aber das ist tatsächlich sehr wichtig. Das war Czerwanki. Und würde ich dieses Buch bewerten hier, würde es auf jeden Fall ein extra Fleißsternchen kriegen. Ja. Das ist aber auch notwendig. Sonst hätte ich mir einen Handzettel gewünscht, den man sich immer runterladen kann, damit man weiß, welches Dämonenbuch man jetzt braucht. Also bei drei, die auch noch aus verschiedenen Reihen stammen, wird es wirklich Zeit für sowas. Gut, dass das drin ist. Aber gut, dann glaube ich, das sind alle Fragen, die wir noch kriegen. Und wir können übergehen zu dem anderen Dämonenbuch, das du für uns hast, welches ein Ingamebuch ist. Und da hat der Moritz Mehlem schon dreisterweise in den Chat geschrieben, dass Ingamebücher immer saugen würden. Also, dass er sie schlecht findet. Warum das denn? Ich verstehe, bitte Moritz, erklär mal, was du damit meinst, falls du noch da bist. Ansonsten kann Ivi ja diese Worte interpretieren. Warum glaubst du, dass er Ingamebücher nicht gut findet? Ich bin ein sehr großer Fan von solchen Büchern. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich vermute, dass sie unter so wenig Crunch hat und dass es ja nur dummes Gelaber ist. Und er Sachen lieber klar bemessen in Regeln, Entfernungstabellen und ähnlichen Dingen hat. Das sei ihm auch unbenommen. Ich teile diese Ansicht tatsächlich jedoch nicht. Ich finde, Ingamebücher sind der geilste Scheiß, den man sich vorstellen kann, wenn sie gut gemacht sind. Und ich behaupte, auch wenn ich dieses Buch nicht bewerten darf, dieses Buch ist gut gemacht. Mit Liebe und mit Dämonen. Zwei Zutaten, die auf jeden Fall ein fantastisches Lederlebnis garantieren, würde ich mal so sagen. Und guckt euch das an. Das sieht man auf der Produktvorschau nicht. Ich blende es jetzt hier auch mal ein. Moment, Moment, Moment. Ich bin als LARPA sehr großer Fan von Ingamebüchern. Das sind Dinge, die man einfach in den Regalen einer Bibliothek stellen kann. Und dann beschäftigt sich irgendjemand damit. Und man kann vielleicht noch einen Zettel reinlegen oder einen Plot-Hinweis drin verstecken. Und Moritz hat geantwortet und sagt, die sind langweiliger Schmonzes. Schmonzes ist ein Wort, das ich gerade gelernt habe. Ich werde es nie wieder benutzen. Und okay, ja, das sei dir gegönnt, diese Meinung. Ja, also was ich sagen wollte, ist, wie schön haptisch dieses Buch auch ist. Ich will es die ganze Zeit streicheln. Hier unten hat man diese wunderschöne schwarze Tiefdrehung. Das sieht man in der Cover-Vorschau nur so halb. Und in der Platten-Cover-Vorschau, die es bei, keine Ahnung, Buchgroßhändlern des Unvertrauens oder so gibt, sieht man das gar nicht. Aber es ist unglaublich schön. Ich mag das Silber auf Schwarz und dann diese schöne Tiefprägung von den, ja, dämonischen Sigillen, die man da an der Seite drauf hat. Und es ist auch im Inneren ein unglaublich schönes Buch. Ich habe zwei Sachen rausgesucht, die ich jetzt mal ganz kurz einblende, wie das Innen aussehen kann. Einfach so quer über unsere Fresse, aber egal. Und ich hoffe, wenn das für YouTube aufgearbeitet wird, hier blendet Nico auch noch ein paar Bilder aus dem Band ein. Es sieht unglaublich schick aus. Es hat eine ganz schöne, in-game-buchige Randziehe. Und die Bilder sind halt auch so im In-Game-Stil gehalten. Das ist jetzt der Hashtod. Und ich habe noch, was hätte ich noch rausgesucht? Schruf. Auch ein Klassiker. Ja, sieht richtig schick aus. Also als ich das gesehen habe, dann habe ich auch gedacht so, oh ja, oh ja, wow, gefällt mir gut. Könnte so bei Dämonologin X im Schrank stehen. Was ist drin? Es ist ein Buch über Dämonen. Und es ist verfasst von einem Menschen, der sich damit auskennt, einer selbsternannten Koryphäe der Dämonologie. Magister Demirion Ophänus. Nein, ich habe nichts mit dem Vornamen des Mannes zu tun. Der hieß schon so. Der wurde tatsächlich so ein- oder zweimal erwähnt, glaube ich, in Aventurischen Boden. Hatte aber sonst nicht so wahnsinnig viel Profil. Und das haben die beteiligten AutorInnen dann genutzt, um sich ziemlich viel mit diesem Typen zu beschäftigen. Denn die mussten alle so tun, als wären sie er, als sie dieses Buch geschrieben haben. Mich jetzt inkludiert. Und das war nicht immer einfach. Das war eine der größten Herausforderungen, weil es gab keinen Styleguide oder so. Wie schreibt der Typ? Ich habe ihm dann irgendwann angedichtet, welche Füllworte er gerne benutzt. Also falls euch das über die Lektüre nervt, es tut mir leid, das war ich. Aber es waren auf jeden Fall verschiedene AutorInnen, die versucht haben, so zu schreiben, als seien sie dieser Typ. Und ja, was ist drin? Man könnte jetzt sagen, im Prinzip der ganze Fluff, der bei so Pandemonien oder Brut der Niederhöllen ja nicht fehlt. Es ist ja ein bisschen was drin, jeweils mit diesen Ingame-Quellen. Aber hier ist so das drin für alle, die davon nicht genug bekommen konnten. Und das heißt, hier werden Dämonen beschrieben, die zum Beispiel in dem Buch, was ich gerade eben hochgehalten habe, oder in den Pandemonien, auch schon beschrieben sind. Das heißt, hier kriegst du jetzt keine neuen Dämonen oder sowas. Was du aber kriegst, ist sehr viel Blabla zu existierenden Dämonen. Und zwar gefärbten Blabla. Gefärbtes Blabla? Egal. Du bekommst tatsächlich Texte, die aus der Sicht eines aventurischen Dämonologen geschrieben sind. Das heißt, das, was hier drin ist, ist Ingame-Wissen. Das kann stimmen. Das kann absolut hanebüchen, der Himmelschreien, der Unsinn sein. An einigen Stellen. Es können Theorien sein, die er sich so gemacht hat, aus seinem kleinen, limitierten Blick auf die ganze Sache. Und es muss faktisch nicht stimmen. Natürlich haben wir uns alle sehr viel Mühe gegeben, zu gucken, dass es schon so grob stimmt, was er da schreibt. Er soll ja kein völliger Idiot sein. Aber, Oba, bei einigen Dingen liegt der Magister auch völlig daneben. Ja. Der hat das auch sortiert und macht sich sogar noch Gedanken am Anfang des Buches. Wie sortiert man das irgendwie sinnvoll? Und hat sich dann entschieden, okay, ich sortiere das nach Domänen. Und alle Sachen, die wir nicht nach Domänen sortieren, kommen dann quasi hinten dran geklatscht, wie man das macht. So ein richtig guter Anhang. Genau. Nico, du guckst schon so. Ich habe den Hund auf meinen Füßen und er will ganz stark gekrault werden, deswegen gucke ich so. Ach so, deswegen guckst du so. Du wolltest außerdem noch den, ja. Ich soll noch mal sagen, dass ich müde bin und nicht schlecht gelaunt, ja. Und dass ich das Buch nicht schlecht finde. Aber das ist ja noch das gleiche Video, glaube ich. So als Erinnerung, aber es ist wirklich nicht schlecht. Aber man kann es noch mal sagen, ja. Also Indy ist gerade wieder vom Gasse gehen gekommen. Und jetzt geht er wieder. Schade. Okay, genug gekrault. Er kommt nicht vor die Kamera. Schade. Oder, 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 Indy. 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 Hier. Nein. Das ist die falsche Seite. Du musst da drüben. Komm her. Komm her. Ja, ja, ja. Komm her. Hallo. Hallo, Indy. Hallo, Indy. Guck mal, da sind Menschen. Da sind Menschen, die bei uns freuen. Ein wildes Indy erscheint. Gut. Ja, er antwortet mir nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir stimmt. Er ist ein bisschen kamerascheu, wenn es um Streams geht. Da redet er dann nicht so viel. Ja? Ja. Ja. Ja, Magi war mit ihm draußen. Ja, und ist warm. Ja. Und er ist noch ein bisschen überdreht vom Wochenende. Er war ja natürlich nicht mit auf dem, oh, bin ich jetzt auch mal schön. Er war nicht mit auf dem Conquest of Methodea, natürlich. Mhm. Sondern ist dann bei Freunden abgegeben worden, die auch einen sehr großen Garten und einen Hund haben und hatte da unglaublich viel Spaß. Das hat aber sehr, 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 sehr wenig mit dem Buch zu tun, was du uns gerade vorstellst. Durch dieses Gotongian. Ist es nicht wunderschön? Ja. Ob Hunde nicht erlaubt sind auf dem Conquest? Doch, aber nur mit Maulkorb und das ist nicht so cool für ihn, wenn er tagelang damit rumlaufen muss. Ich glaube, man kann es umgehen, wenn er im eigenen Lager irgendwo in einem umzäunten Bereich angeflockt ist, aber wir haben da kein Lager gehabt, weil wir ja nur als Presse da waren und nur rumliefen. Naja. Aber gut, Hongi. Ja, genau. Also, es sind, wie gesagt, es ist noch Domänen sortiert und es sind, wie gesagt, Dämonen drin, die ihr kennen werdet, die ihr aus den Pandemonien kennen werdet und die ihr auch aus Put der Niederhöllen kennen werdet. Es sind nicht alle diese Dämonen drin. Es sind Dämonen drin, von denen der Ingame-Autor wissen sollte und mit denen er sich beschäftigt haben kann. Das können welche sein, die sehr allgemein und bekannt sind. Also sowas wie, keine Ahnung, der Zand, der Hashtod, das Gotongi. Sowas in der Richtung. Es können aber auch speziellere Sachen sein, wie zum Beispiel das Gurgulum, das einige von euch vielleicht aus Jolgomack noch kennen. Das ist so ein Knechtschafts-Dämon, der sich wie ein Halsband irgendwie um den Hals ist und was legt und das knechtet. Es gibt dann Sachen oder ja generell so Schwarze-Lande-Shit halt so. Der Karakil, ja, Asphalil hat ja auch einen Karakil gehabt. Aber es gibt auch ganz obskure oder relativ neu entdeckte Dämonen, wie zum Beispiel Frasaroth. Den hatte sogar, ich glaube, den hatte Offenos sogar mitentdeckt damals oder die Formel rekonstruiert. Das war eine Geschichte, die ging im Aventurischen Boden damals. Dann gibt es Sachen wie, keine Ahnung, also was haben wir denn hier? Was war wirklich, wirklich obstruus? Also wirklich obstruus wird es dann, wenn wir so in Domänen gehen, wie den Abgrund. Also Dämonen, die dem Namenlosen zugeordnet werden. Da ist halt dann auch die Frage, okay, wo hat er sein Wissen her? Und stimmt das auch überhaupt alles so? Und ja, haben das halt quasi, weil wir uns am Anfang auch überlegt hatten, wieso sollte der das wissen? So ein bisschen so ein Hobby von ihm deklariert, damit wir da überhaupt was schreiben können. Also ich hatte den Teil und ich auch so, wer sollte das denn wissen? Das ist schon sehr spezifisch und dann haben wir beschlossen, okay, das ist so ein bisschen ein Forschungsinteresse von ihm. Und bei den freien und unabhängigen Dämonen, da ist es dann auch fröhlich eskaliert. Also da gibt es dann auch Sachen, die wirklich obskur sind und die man ansonsten, wo man sagen würde, okay, krass, da muss er sich wirklich hart reingearbeitet haben. Um überhaupt dieses Ingame-Wissen zu haben, was wie gesagt dann eventuell auch noch so ein Müh an der Wahrheit vorbei ist. Aber es ist unterhaltsam und wenn man eine demonologisch versierte oder interessierte Person spielen möchte, kann man sich da auf jeden Fall einlesen und diese Information auch im Spiel direkt benutzen. Also zum Beispiel im Lab könnte jemand hier mit rumlaufen und könnte sagen, ja Mensch, der Kollege, der hat dieses Buch geschrieben im Jahre 1044 und ich habe mir da mal eine Kopie erstellen lassen oder so. Also er hat das auch, das Buch richtet sich an Kollegen, interessierte Kollegen vom Fach, also gewisse Dinge setzt er voraus, aber tatsächlich auch hauptsächlich seine eigenen Azubis, also seine Schülerinnen und Schüler. Es gibt auch zwei, die er durch den ganzen Band immer wieder erwähnt, die er gerade noch hat, das ist einmal Alicia und dann ist das Nemecat. Nemecat ist so der Musterschüler, von dem er sehr viel hält und bei dem er auf jeden Fall weiß, der würde es weit bringen und Alicia ist so eine Totalversagerin, also zumindest wenn es nach ihrem Meister geht, auch das mag stimmen oder eben nicht. Aber auf jeden Fall disste die die meiste Zeit sehr hart und ich habe das am Anfang auch in meine Texte so reingeschrieben, weil das die Vorgabe war, habe aber dann irgendwann festgestellt, dass irgendwie alle das gemacht haben. So sehr oft und insgesamt weckte das dann bei mir sehr unschöne Erinnerungen an Mobbing-Erfahrungen in der Kindheit, wo ich auch gedacht habe, boah, es ist ein bisschen viel geworden insgesamt. Aber gut, das ist halt passiert. Wir wussten ja nicht, was die jeweils anderen machen. Und das kann, also das wirkte stellenweise ein bisschen heftig. Hört das irgendwo hin? Hat Alicia dann irgendwann noch einen Moment, wo sie sich rächen kann oder ist das dann Sache der Spielenden das irgendwie für sich? In diesem Buch jetzt selber nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie irgendwann mal irgendwo eine große Rolle kriegt und zeigt, was eine fantastische Dämonologin sie geworden ist. Und dass Nemecat irgendwie so bei, keine Ahnung, seiner ersten größeren Beschwörungen ein ganz dummer Unfall widerfährt oder sowas, das fände ich sehr befriedigend. Aber zumindest in diesem Buch erfährt das keine Auflösung. Oder warte mal, die sind ja wahrscheinlich alle schon lange tot, weil das Dämonologen sind. Oder sind das noch Zeitgenossen des jetzigen Abitums? Mhm. Das ist das, das ist, ich finde einer, ich bin da befangen, aber ich finde das einer der wichtigsten Teil an diesem Band. Und wenn man ins Inhaltsverzeichnis guckt, ist das irgendwie so der vorletzte Punkt vor Glossar. Kann man leicht übersehen. Aber es gibt hier einen Abschnitt, der heißt Handwerkszeug für Beschwörungen. Ja, so nachabstrusen Sachen wie Theorien zum Dämonensultan. Da konnte ich mich so richtig hart austoben. Hier ist der Ingame-Teil quasi zu dem Outgame-Teil im Brut der Niederhöllen. Und alles, was einem potenziell einfallen könnte, was der Dämonensultan ist, ja, so von wegen, der lebt als Zwiebel in einem anderen Universum, ist das Einzige, was ich nicht reingeschrieben habe. Wegen der Ogre-Geschichte, okay. Genau, genau. Also das habe ich nicht reingeschrieben. Aber sehr viele, sehr viele andere Sachen habe ich reingeschrieben. Und da kann man sich quasi so best auf, was könnte der Dämonensultan sein? Und der Magister hat hier halt Sachen zusammengetragen, die er schon mal irgendwo gehört hat. Und hat auch oft gesagt, wie er das denn findet, was Leute so dazu denken. Ja, also da hat er sich auch nicht zurückgehalten. Aber ich finde, einer der wichtigsten Teile hier, Handwerkszeug für Beschwörungen. Beschwörungen, es sind nur wenige Seiten. Ich glaube, zwölf insgesamt. Ja. Aber, weil du gesagt hast, Dämonologen leben nicht lang, die sind sehr wichtig. Ich wollte nur wissen, ob die noch aktiv sind, diese drei Leute. Ach so, die leben noch. Nein, die leben noch. Können die einbauen, das wollte ich nur wissen, ob man die in aktuelle Plots einbauen kann. Absolut. Ist das denn ein, dann ist es auch kein Buch, das so im legendären Bibliothekskanon schon irgendwie verankert ist. Es ist ein neues Buch, das gerade frisch geschrieben wurde. Ganz frisch. Und ist es denn ein Buch, das auf dem Index steht? Oder darf das denn überall rumstehen in aventurischen Büchern? Also, das Buch ist auf 1044 datiert. Also zumindest ist es 1044 verfasst, final abgeschlossen worden. Und dann auch in Auftrag gegeben bei der Druckerei. Und ich glaube, aktuell haben wir ingame jetzt 1046 oder sowas grob. Das heißt, es ist sehr aktuell. Die Leute leben alle noch. Und dieses Buch wird garantiert auf allen Indexen dieser Welt landen. Denn der Magister lebt in Mengbilar mit seinen Studierenden, glaube ich zumindest. Ich will nichts Falsches erzählen. Das klingt richtig. Nö, das klingt richtig. Ja. Und da ist natürlich alles geht. Ja, Mengbilar, wir kennen es. Und ja, aber das wird auf Indexen landen, sobald es ein bisschen verbreiteter ist. Aber das Ding ist, ich gehe nicht davon aus, dass es so die maximale Verbreitung hat. Das ist wirklich so eine dieser obskuren kleinen Schriften, die er an ein paar Kollegen verschickt hat, die er schätzte. Und ein paar von denen wir uns in die Monothek gestellt haben. Was lustig wäre, wäre, wenn man jetzt irgendwie den Monologen platt macht, dass man dann eben dieses Buch findet und so irgendwie eine Weltverschwörung wird. Könnte man machen. Aber ja, das könnte jemand in die Hände fallen, das könnte jemand erbeuten, das könnte jemand in der Bibliothek finden. Oder, keine Ahnung, in der weggeschlossenen Kammer eines Hesinde-Tempels oder Prajos-Tempel. Prajos vor allem ist in Mengbilar ja nicht so gut gelitten. Und auch der Magister kann Prajos überhaupt nicht ab. Also da kommen einige üble Schmähungen in diesem Buch. Also ich glaube, gerade die Prajos-Kirche würde das sehr gerne verbrennen. Sehr schön, das ist ein Grund mehr als zu kaufen. Ich hatte damals gedacht, das passt zu seinem Charakter und habe dann angefangen, ihn irgendwie so, ja, da sehr hart schießen zu lassen. Und das haben dann, wie gesagt, wir hatten uns ja unter den Autoren ausgetauscht und dann haben wir dann sofort gesagt, oh, wie fein, das greife ich auf. Und ja, das, ansonsten, wie gesagt, der hintere Teil, eine wahre Fundgruppe. Wir haben dann natürlich halt Dämonen aus obskureren Domänen, Hesquatet, Aphestadil, weitere vermutete Erzdämonen. Also der Magister wirft auch die Theorie auf, warum soll es denn genau eine Anzahl X von Erzdämonen geben? Das kann ja wohl nicht sein. Die Gottheiten hätten sich doch auch über die Jahrtausende geändert, wie das denn sich da verhielt. Und hat dann halt hier Theorien wüsterster Art über mögliche andere erzdämonische Entitäten aufgestellt. Das ist eine aufgestellte Frage, ne? Also auch in-game wird das, glaube ich, an jedem Spieltisch irgendwann Thema. Genau. Und ja, also dazu macht er sich halt so Gedanken, was interessant ist, glaube ich, hoffe ich, auch da mal eine in-game Perspektive zu haben. Und dann, ja, Handwerkszeug für Beschwörungen. Da ist alles dabei von geziebender Gewandung über Zauberkreide und Beschwörungskerzen und Bann- und Schutzkreise. Und als ich das schreiben sollte, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist doch der langweiligste Teil, den man jemals für irgendetwas schreiben könnte. Was mache ich denn damit? Und dann habe ich mir überlegt, ja, es muss doch irgendwie unterhaltsam gehen. Und ja, ich hoffe, es ist unterhaltsam geworden. Aber du vergetest es nicht, wie du es gemacht hast. Okay. Dafür müsst ihr das Buch kaufen. Dafür müsst ihr das Buch kaufen. Nein. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass zumindest Zauberkreide und Beschwörungskerzen, wo man sich halt wirklich denkt so, boah, das ist schon hart, nur was für Magierspieler, ja. Ja, aber wer kauft sich das Buch sonst? Ja, richtig. Aber es ist halt, willst du es dann wirklich hart, übel und trocken und lehrbuchmäßig haben? Weil solche Texte gibt es ja teilweise schon, ne, als Einleitungsquellen. Und ich habe dann gemacht, nee, der Magister Ophinos geht da jetzt mal richtig ab, ja, und erzählt einem, wie man es ordentlich macht. Und das ist nicht immer so ganz nach Lehrbuch und wie man das vielleicht erwartet. Ja, okay. Und zum anderen, er gibt da auch aktiv Überlebenstipps, was man machen kann, wenn man es verkackt, ja, oder wie man es verkacken kann oder wie andere Leute es verkackt haben. Genau, das müsst ihr lesen, ja. Und genau, und sowas habe ich versucht da reinzuschreiben und habe auch zwei Rezepte dann mit reingepackt. Das war ursprünglich nicht vorgesehen, aber ich habe gedacht, Mensch, jemand, der so viel besser weiß als dieser Magister, ja, der wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, der muss doch da dann jetzt auch was liefern. Und hat dann zwei Rezepte mit dabei. Und dann gibt es noch Beschwören im Zirkel als Abschnitt, Kontrollübernahme von Dämonen. Wie kann ich jemandem anderen den Dämonen denn wegnehmen? Wann muss ich das überhaupt oder wann sollte ich das überhaupt nur versuchen? Und ja, wie kann man das größtmöglich verkacken? Auch da hat er dann immer wieder so schöne Negativbeispiele gebracht. Und wenn alles gescheitert ist, also wenn man seine Tipps vorher nicht beherzigt hat, wie man es richtig oder zumindest nicht falsch macht, dann gibt es noch einen Abschnitt über Abwehrmaßnahmen. Also was mache ich, wenn der Dämon mir aktiv ans Leben oder an die Seele will? Welche Möglichkeiten habe ich dann noch? Und ja, was mache ich dann? Und generell ist es so, es gibt jetzt keinen Abschnitt zu Dämonenpakten im Speziellen. Das mag einige Leute wundern, aber wir hatten uns relativ früh schon überlegt, dass der Magister davon einfach nicht zählt. Das ist entweder was für Vollprofis oder für komplette Idioten. Und das kommt an vielen, vielen Stellen im Band auch durch, dass er davon wenig hält. Insgesamt, wie gesagt, ich kann das Buch nicht bewerten, aber wenn ich das Buch bewerten müsste, da es dann in dem Band ist, hätte ich dafür auf jeden Fall viel Liebe übrig. Ein Kritikpunkt wäre, dass man tatsächlich merkt, dass es unterschiedliche AutorInnen sind, die den Magister schreiben. Und das ist etwas, es sei denn, ein oder zwei Leute hätten diesen Band komplett geschrieben, was unvermeidbar ist. Und ich glaube, wir waren was, fünf oder sechs, glaube ich, Leute, die daran gearbeitet haben. Das ist unvermeidbar, dass man rausliest, dass das unterschiedliche Autoren sind. Das kann jemandem, der sehr empfänglich ist für Texte, ein bisschen aufstoßen. Also das merkt man dann an einigen Stellen, weil, keine Ahnung, Satzstellung ganz anders, andere Füllwörter. Ja, das hättet ihr doch so leicht erklären können, indem ihr gesagt hättet, er hat doch einen Pakt. Und zwar mit, keine Ahnung, Asphalot oder Irgibar, irgendeinem Ärzte, der ihn dann, wo die Sitzvon ihm ergreift und ihm mit anderen Zungen schreiben. Wir haben es so ein bisschen mit Tagesform erklärt und auch darüber, dass das Büroband in einem längeren Zeitraum natürlich entstanden ist. Und dass man da immer mal wieder so ein bisschen eine andere Form hat. Aber es ist natürlich deutlich schwieriger, auch sowas zu machen, als wenn wir jetzt sagen, wir sind okay, es sind unterschiedliche AutorInnen. Manchmal war es aber auch so, dass wir uns beim besten Willen nicht zusammensaufen könnten, wieso er etwas wissen sollte. Und da haben wir es dann so gemacht, dass er zum Beispiel auch mal irgendwelche Kollegen gefragt hat, in Briefwechseln oder auf Informationen zurückgegriffen hat, aus Publikationen von Dritten tatsächlich. Was er ungern macht, er weiß gerne alles selbst, aber ja, ab und zu war das dann doch nötig. Und manchmal erwähnt er auch Sachen, die seinen Kolleginnen passiert sind, von unglücklichen oder finalen Fehlern und ähnlichem. Also ich fand, es war sehr unterhaltsam, daran zu arbeiten. Ich glaube, ich würde sofort wieder ein solches Buch machen wollen, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und nicht so, wie der Herr Mehlem sagt, das ist langweilig, doof und die Informationen sind überflüssig. Das finde ich tatsächlich gar nicht. Ich mag so Ingame-Bände sehr. Und ich bin auch froh, dass der wirklich gar keine Regeln hat. Also die braune Reihe früher bei DSA 4, vielleicht erinnern sich einige, die hatte ja immer noch so ein Regelteil, weil es ja immer hieß, ja, da muss Quatsch rein. Das waren ja aber nur so 20 Seiten oder so. Ja, das ist jetzt nicht mehr so und ich finde das ganz, ganz, ganz schön und toll. Und wie gesagt, es ist labtauglich bis auf das irdische Impressum, das aber auch zumindest so aussieht als Ingame. Deswegen, ja. Das ist für mich der Hauptkaufgrund dieses Buch. Dann, wenn wir jemals wieder eine Magierakademie-Con in der Metogyn machen, dann würde ich es mir natürlich holen, um da einfach Plot mit zu generieren, dass es da rumsteht. Es würde ja schon reichen, dass irgendjemand das irgendwo findet oder ich sage, du hast das jetzt dabei oder unter deinem Bett oder keine Ahnung. Vielleicht auch mehrere Ausgaben davon kaufen und ein bisschen drin rumkritzeln oder Seiten rausreißen. Ja. Damit könnte man schon viel machen und sich ganz viel als SL und Orga ganz viel Arbeit sparen. Auf jeden Fall. Es wäre fantastisch natürlich, wenn irgendwie ganz viele Leute Alisha spielen würden auf Labs, ja, mit diesem Buch. Ach, ist Alisha so eine Art Nottel jetzt, die es mehrfach geben kann? Was? Nö, aber ist doch egal. Es gibt ja auch unterschiedliche Universen, wie wir festgestellt haben. Ach so, ich hätte auch vergleichen können. Okay, ja, hast du recht. Aber ja, also ich fände es auf jeden Fall, das wäre zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, ihr auch mal Erfolge zu gönnen, der armen, niedergemachten Schülerin. Aber ja, was ich noch vergessen habe für dieses Buch natürlich, die harten Fakten. Also das Buch ist ursprünglich rausgekommen im Februar 2024, hat 164 Seiten, kostet 44,95 in der PDF-Ausgabe 26,99. Und, ich habe es schon gesagt, ich sage es nochmal, ist komplett regelfrei. Und das ist ein bisschen sowas wie ein Vadimekum für alle, die mit den Göttern nicht so viel anfangen könnten. Konkret für die Dämonen, also wie gesagt, Beschreibung, In-Game-Beschreibung, 81, glaube ich, 80, 81, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, Beschreibung, In-Game-Beschreibung von Dämonen, inklusive Erz-Dämonen, verfasst von Demirion Ophenos aus Mengbilla. Und ja, es gibt keine Werte. Ich habe Fragen dazu. Ja. Ob dein Pilz-Dämon auch dabei ist? Mein Pilz-Dämon ist hier nicht drin. Also Kuanoth ist nicht da drin, schade. Nein, mein Pilz-Dämon ist nicht drin. Ist da etwas drin, was als Dämon klassifiziert wird, aber eigentlich was anderes ist? Ehh. Nette Idee. Ja, also es kommt darauf an, wie man sieht, also es ist eine Beschreibung von den Mahaitam drin. Und die Mahaitam sind ja ursprünglich Dämonen, aber es gibt auch Theorien, dass es Dämoniden sind, also weil sie ja eine Art Fortpflanzungsfähigkeit haben. Das, ja, könnte man sagen, also damit könnte man die Frage mit Ja beantworten. Ich glaube, so genau nehmen wir es nicht. Nein? Ich möchte noch einen Witz weitererzählen von Xilbor, der schreibt, der Dämonen-Sultan ist schon längst durch seinen Dämonen-Visier ist nur gut Toth ersetzt worden und weiß bloß, weiß bloß wieder keiner. Vielleicht. Ist nur gut Toth. Ja. Dankeschön, Xilbor, dass du den, wie du uns geteilt hast. Ich fand ihn gut. Ich hätte einfach keiner mitgekriegt, ja. Das ist möglich. 35% haben das Buch nicht, 29% wollen sich das Buch holen, 21% werden sich es nicht holen und 15% haben das Buch, das sind 5 Leute, haben das Buch bereits in ihrem Besitz und gelesen. Ja, das ist ja noch Potenzial, wir sollten einen Buchclub aufmachen. Ich weiß nicht genau, was du mit den Informationen vorhast, aber jetzt hast du sie. Viel Spaß. Anubis fragt, bin spät dran, ist das DSA. Genau, wir reden heute über DSA-Bücher. Evi hat vier DSA-Bücher gelesen und erzählt uns, was drinsteht. Und was jetzt gleich kommt, sind waschechte Rezensionen, glaube ich. Die bisherigen Bücher, die sie vorgestellt hat, sind nicht rezentiert worden, weil sie ihre Finger im Spiel hatte. Und auch ganz viel Einfluss auf das, was da drin stand. Das heißt, das war jetzt eigentlich Werbung für Evis Kram. Nicht, dass Evi was davon hätte, wenn diese Bücher sich gut verkaufen. Denn, wie ich das einschätze, bekommt sie keinen Cent davon. Also außer der üblichen Garde bekommst du aber einen Umsatzerlös nicht, weil das nicht üblich ist bei vielen Verlagen übrigens, nicht mehr üblich ist. Man gibt seine Rechte komplett ab und muss dann damit geben. Aber es ist nicht völlig unnütz, also weil wenn dieses Buch sich natürlich top verkauft, kann ich das natürlich als Top-Erfolg verkaufen und dann gibt es vielleicht nochmal solche Bücher, an denen ich arbeiten darf. Also es ist nicht völlig sinnlos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.